Heute geht es um das Spannungsdehnungsdiagramm Teil 2 und ich möchte hier in diesem kurzen Video zeigen, wie sich mit dem Spannungsdehnungsdiagramm eine Festigkeitsberechnung durchführen lässt. Und dazu möchte ich nochmal kurz die Wiederholung ansetzen. Hier war die Spannung, die wir auftragen, hier tragen wir das Epsilon auf. Ich hatte im ersten Video gezeigt, dass hier eine Anstiegsgrade ist, dann hier die entsprechende Kaltverfestigung. Und das Ganze dann hier bis zum Bruch sozusagen infolge der Versuchstechnik dann geführt wird. Die erste Frage, die ich ergänzen oder beantworten möchte, ist, aus welchem Grunde habe ich hier vorne eine Anstiegsgrade gezeichnet und hier eine gerade senkrecht nach unten fallende Linie? Der Hintergrund ist einfach. Wenn wir bedenken, dass der Werkstoff S235 eine Streckgrenze von circa 235 Newton pro Millimeter Quadrat hat, dann möchte ich doch jetzt an dieser Stelle mal ausrechnen, wie groß denn die Dehnung an dieser Stelle tatsächlich wäre. Denn bis hierhin hätten wir es ja mit einer elastrischen Deformation zu tun, also elastisch. Und nachfolgend wäre der Bereich hier plastisch, also eine bleibende Verformung. Der Elastizitätsmodul war nichts anderes als Sigma durch Epsilon. Und um praktisch den Grenzübergang hier zu finden, brauchen wir ja nichts anderes tun, als das Epsilon als gesuchte Größe auf eine Seite umstellen und wir bekommen Sigma durch E. Wir setzen hier die Streckgrenze ein, also 235 Newton pro Millimeter Quadrat und dividieren diesen Zahlenwert durch 210.000 Newton pro Millimeter Quadrat. Dann werden wir einen Zahlenwert bekommen, der 0,0012 aufgerundet sein würde. Dieses Epsilon entspricht tatsächlich, zwei Komma Stellen nach rechts verschoben, 0,112%. Während wir hier das letzte Mal 26% Bruchdehnung angetragen haben, müsste jetzt hier tatsächlich ungefähr 0,1% stehen. Und um den Sachverhalt dieses Anstiegswinkels deutlich zu machen, ist der vordere Teil des Diagramms verzerrt dargestellt, nämlich hin zu größeren Dehnungen. Ansonsten müsste nämlich hier tatsächlich senkrecht die Linie nach oben laufen. Und durch diesen kleinen Trick der Verzerrung zeichnen wir also das Anstiegsdiagramm vorne eben schräge und diese 0,1% federt das Material ja auch hier hinten wieder zurück. Das ist aber zeichnungstechnisch nicht mehr auflösbar. Damit haben wir die erste Diskrepanz behoben. Der zweite Punkt wäre, wie verhält sich denn die wirkliche Festigkeit des Materials? Denn tatsächlich wissen wir aus Erfahrung, dass das Material, wenn es deformiert wird, zum Beispiel beim Schmieden, nicht weicher, sondern eigentlich immer nur härter wird. Nun, dem Ganzen kann man gedanklich nachkommen, indem wir uns also vorstellen, dass die Probe zunächst in ihrem belasteten Bereich überall die gleiche Durchmesserstruktur hat. Und bei Belastung, und ich male mir jetzt hier einfach nur so ein kleines Teilstück heraus, würde ja letztlich Massenkonstanz und Volumenkonstanz sozusagen vorherrschen. Soll heißen, das Bauteil würde länger, dafür aber natürlich auch entsprechend kleiner im Durchmesser. Das findet in diesem Bereich statt. Hier vorne findet ein Abgleiten von Fehlstellen, also ein Wandern von Fehlstellen im Material hin zu Blockaden, den Korngrenzen oder anderen Einschlüssen karabitischer Art im Material statt, sodass die Fehlstellenbewegung, die wir ja als Kaltverfestigung bezeichnen in diesem Bereich, abgeschlossen ist. Damit wäre das Material quasi überall gleichmäßig länger geworden und bei weiterem Fortschritt würde dann irgendwann einmal die Probe sich in dem schwächsten Bereich partiell einschnüren, also in einem ganz bestimmten Bereich einschnüren. Und bei weiterem Ziehen daran würde diese Einschnürung immer weiter zunehmen. Wo beginnt nun die Einschnürung? Bis hierhin hatten wir eben gesagt, würde die Kaltverfestigung abgeschlossen sein. Sie findet gewissermaßen über den gesamten Querschnitt statt. Und dann würde noch in diesem Bereich eine weitere gleichmäßige Dehnung vonstatten gehen. Und irgendwann, man weiß es nicht so ganz genau, würde gewissermaßen hier die Einschnürung zunehmen. Und würde man am Ende den letztlichen Bruchquerschnitt nehmen und die darin befindliche Kraft sozusagen dann entsprechend umrechnen, dann ist natürlich die Spannung niemals kleiner geworden, sondern stetig gewachsen bis zum Bruch nämlich. Und dann wäre die tatsächliche, die wahre Sigma-Bruchspannung diese hier und nicht, wie wir das letztlich im Diagramm in dem Teil 1 geschrieben hatten, hier. Also, wir haben uns eben gerade noch mal hergelitten, dass in Folge der Einschnürung am Bruch die wahre Spannung im Material größer wird und aus diesem Grunde heißt das auch wahre Spannungsdehnungslinie. Bei einem Werkstoff, Glas beispielsweise, wird selbstverständlich diese Einschnürung 0 sein und damit natürlich dieser Sachverhalt so auch gar nicht gegeben sein, sondern wir werden auch dann bei solchen harten Werkstoffen sehen, die Spannung wächst und irgendwann wird das Material schlagartig abbrechen, ohne dass die Spannung letztlich im weiteren Verlauf abfällt. Ja, so weit, so gut. Das war ein Nachtrag zu dem Diagramm, was wir in dem Teil 1 kennengelernt haben. Und ich möchte jetzt also den Nutzen so ein kleines bisschen daraus ableiten und mal die Überlegung anstellen, wie wir zum Beispiel das Spannungsdehnungsdiagramm und die darin befindlichen Kennwerte zur Berechnung eines Bauteils nutzen können. Beispiel. Eine Zugstange Deren Durchmesser wir nicht kennen sei 10 Meter lang Wir würden an die Zugstange eine Masse von 10 Tonnen hängen und wir würden fragen, um wie viel Millimeter würde sich diese Zugstange verlängern. Aber bevor wir die Verlängerung ausrechnen können, müssten wir natürlich erst mal fragen, welchen Durchmesser D soll diese Stange dann bekommen, wenn das Material aus einem S235JR gefertigt würde. Damit wir eine Berechnung vornehmen können, erinnern wir uns, dass das Sigma nichts anderes ist als Kraft bezogen auf die Querschnittsfläche und die Querschnittsfläche, die hier letztlich irgendwo vorliegt, das S, ist in unserem Fall nichts anderes als D² Pi Viertel, weil wir hier einen Vollquerschnitt annehmen wollen. Da diese Spannung natürlich jetzt direkt im Zusammenhang mit dem Durchmesser zum Quadrat steht, müssen wir natürlich fragen, wie groß ist eigentlich das Sigma zulässig? Was können wir dem Werkstoff letztlich an Festigkeit abverlangen? Im Allgemeinen gilt, über die Streckgrenze hinaus dürfen wir das Material nicht beanspruchen, weil wir in den allermeisten Fällen der Technik keine bleibende Verformung wollen. Ich will damit sagen, wir brauchen also einen bestimmten Abstand zur maximalen oder Belastung des zulässigen Wertes des Materials, also müssen wir einen Sicherheitskennwert einführen, den wir µ nennen wollen und zum Beispiel der Faktor 2 sein soll. Dieser Sicherheitskenn wird zweifach heißt, dass wir die Streckgrenze nur zur Hälfte ausnutzen wollen. Wir würden also aus dieser Forderung, die jetzt aus technischen Überlegungen heraus resultiert, dazu nutzen, ein Sigma zulässig zu benennen, das ungefähr 235 Nm² geteilt durch 2 groß sein soll. 117,5 da bei einer solchen Dimensionierung noch gar nicht mit solchen exakten Zahlen zu rechnen ist und die Sicherheit letztlich so zu wählen ist, wie das Material hier auch belastet werden soll, muss man natürlich erwähnen, dass die Art der Beanspruchung dabei noch eine Rolle spielt. Das soll heißen, wird die Masse hier nur ein einziges Mal angehängt oder gehen wir davon aus, dass es sich um eine wechselnde oder eine schwellende Belastung handelt. Das sei jetzt mal zunächst dahingestellt, aber in allen Fällen würde dann durch eine zunehmende Verschärfung der Beanspruchung dieser Zahl wird weiter zunehmen. Also würde ich also für mich erstmal einen Sigma zulässigwert definieren, der in etwa 120 Nm² groß ist, um eine Vordimensionierung für diesen statischen Fall vorzunehmen. Wir brauchen also nichts anderes tun, als hier die entsprechenden Querschnittswerte zu substituieren und letztlich würden wir dann aus diesen oben obigen Formeln hier Sigma zulässig ist nichts anderes als die Kraft, die in dem Material herrscht, geteilt durch D² Pi und mit dem Kehrwert nach oben gerechnet Viertel dann entsprechend rechnen wollen. Daraus folgt nach kurzer Umstellung, dass der Durchmesser nicht zum Quadrat, sondern hier, weil Produkt auf der rechten Seite vorliegt, gleich die Wurzel gezogen, F mal 4 geteilt durch Sigma zulässig mal Pi sein würde. Wir setzen also das D ein oder für das D die entsprechenden Zahlen ein und bekommen dann da heraus, dass die Gewichtskraft FG letztlich nichts anderes ist als FG ist ungefähr M mal G oder besser gesagt genau genommen, aber das jetzt praktisch mit 9,81 gerechnet, würden wir für die Gewichtskraft dabei herauskommen, 10.000 Kilogramm mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat wären ungefähr 100.000 Newton. Das wäre sozusagen die Last, die in dem Material vorliegt und wir bekämen dann heraus 100.000 Newton also ein bisschen aufgerundet mal 4 geteilt durch 120 Newton pro Millimeter Quadrat geht der entsprechende Querschnitt nach oben mal Pi und das ist dann die entsprechende Berechnungsformel. Wir kürzen die Newton wir können die Millimeter Quadrat aus der Wurzel ziehen und dahinter schreiben und unser Zahlenwert den wir dann bekommen wäre 32,57 um auf zwei Stellen genau zu rechnen und das wäre natürlich schon ein verhältnismäßig großer Querschnitt der aber letztlich den entsprechenden Forderungen genügen würde. Tatsächlich würden wir also hergehen und sagen der Durchmesser der hier zu wählen wäre sei zum Beispiel Durchmesser 32 der dann entsprechend auch lieferbar und ohne eine notwendige Nacharbeit dann bestellt werden könnte. Die sechs Zehntel Millimeter werden in der Spannung keine wesentliche Veränderung verursachen die hier letztlich vorliegt. Genau genommen wenn das wirklich tatsächlich der Grenzwert wäre wäre der nächst größere Querschnitt zu wählen damit die Forderungen hier die ganz exakt jetzt einhalten dann tatsächlich vorliegen. Ja die Frage war nicht nur welchen Querschnitt sondern die Frage ist im Fall B wie viel Millimeter verlängert sich das Material wir sehen also für das Beispiel A die Ausdimensionierung für den Fall B welches Delta L würde sich sozusagen infolge dieser Dimensionierung und Belastung ergeben können wir über das Huck'sche Gesetz beikommen in dem wir letztlich sagen ich schreibe es nochmal auf E ist gleich Sigma geteilt durch Epsilon den Wert für E den kennen wir der beträgt für Stahl rund 210.000 Newton pro Millimeter Quadrat die Spannung sind unsere rund 120 Newton Millimeter Quadrat die wir eben gerade als Dimensionierungs Vorgabe gewählt haben das Epsilon ist mir unbekannt aber ich weiß natürlich dass das Epsilon nichts anderes ist als Delta L zu L Null und darin steckt letztlich auch die gesuchte Größe L Null das heißt also das E kenne ich das Sigma kenne ich und das Epsilon werde ich dass der Sachverhalt E ist gleich Sigma geteilt durch Delta L mal L Null erwächst Delta L ist gesucht und wäre dann nichts anderes als Sigma mal L Null geteilt durch E wir setzen das ein und stellen fest das 120 Newton pro Millimeter Quadrat mal 10.000 Millimeter setze ich ein damit wir gleich die Verlängerung auch in Millimetern bekommen geteilt durch 210.000 Newton pro Millimeter Quadrat wir sehen die Einheiten kürzen sich hier konsequenter Weise weg übrig bleibt Millimeter und wir bekommen dann hierfür eine Verlängerung von Delta L ist gleich 0,7 Millimeter ja das sind jetzt die beiden Berechnungsgänge die unter Zuhilfenahme des Spannungsdehnungsdiagramms gemacht werden können wir benutzen die Kennwerte um Sicherheitsfaktoren für die statische Last zu generieren wir können dann unter der Annahme der Randbedingungen einen Sicherheitsfaktor abschätzen und daraus dann irgendwo letztlich den Durchmesser generieren der dann praktisch auszuwählen wäre mit dieser Vorgabe sind wir dann in der Lage in Folge der tatsächlich vorhandenen Spannung die entsprechende Verlängerung auszurechnen und bei 10 Metern sind es rund 6 Millimeter also kaum spürbar aber das ist ja auch das was wir bei dem Werkstuhl stahl erwarten ja ich hoffe es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht im Teil 3 werden wir uns mit der sogenannten Wärmespannung befassen zu 1 2 2 2 2 2 3 4